Neben den Venenklappen spielt die sogenannte Muskelpumpe bei dem Transport gegen die Schwerkraft eine wichtige Rolle. Die großen Venen im Bein sind von Muskeln umgeben, die sich beim Gehen anspannen und verdicken. Dadurch werden die Venen ausgepresst und das Blut nach oben gepumpt. Wenn sich die Muskeln wieder entspannen, verhindern, wie bereits beschrieben, die Venenklappen den Rückfluss des Blutes.